Mit dem Secabo SignRacer sind Sie mit Ihrem gesamten Werbetechnikstudio komfortabel, mobil unterwegs. Er wurde speziell für die mobile Anwendung im Bereich großer Werbetechnikprojekte, Merchandising, Messebau sowie für den Rennsport und andere Sportveranstaltungen entwickelt. Das Heavy-Duty Flight Case des Secabo SignRacers besteht aus hochwertigem 9 mm Sperrholz sowie professionellen Beschlägen und ist trotz geringem Gewicht den Anforderungen des täglichen mobilen Einsatzes absolut gewachsen. Der große Frontdeckel des SignRacers lässt sich im Handumdrehen zum stabilen Arbeitstisch mit höhenverstellbaren Füßen an das Case anbauen. Im SignRacer findet ein Schneideplotter der 60 cm Klasse z.B. der Secabo S60 Platz. Zusätzlich bietet die mobile Workstation einen großen Stauraum mit Flügeltür sowie zwei Vollauszüge für andere Geräte, wie z.B. eine Secabo TC2 Transferpresse, Material, Werkzeuge und einen Laptop. Eine rückseitige Klappe erlaubt das komfortable Zuführen von Folienrollen in den Schneideplotter. Der Secabo SignRacer steht auf robusten Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse. Der Secabo SignRacer passt leicht in herkömmliche Transporter und ist daher die ideale mobile Workstation für den Einsatz in der Werbetechnik und Textilveredelung. Werbetechnik 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 Werbetechnik